Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, ein dreckiger Sieg hier beim S4 Mappen. 2 zu 1 Auswärtserfolg. Kapitän Tobi Müller steht bei uns. Tobi, wie groß war die Erleichterung nach dem Abpfiff? Ja, natürlich riesig. Ich denke, wir haben heute für unsere Verhältnisse kein gutes Spiel gemacht. Dennoch zählt am Ende einfach nur das Ergebnis in der Situation, mit der Tabellensituation, in der wir sind. Und dafür waren es natürlich absolute Big Points heute. Für dich war es ja auch, glaube ich, heute etwas ungewohnter, neben dir in der ersten Halbzeit auch Adrian Malachowski zu finden. In der zweiten Halbzeit war der Brian Coglien mal wieder nach etwas längerer Zeit an der Reihe. Wie haben Sie das beide gemacht und wie bist du so klargekommen? Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit mit Ball keine richtigen Lösungen gefunden haben und dann immer wieder Ballverluste gehabt haben, die dann uns um die Ohren geflogen sind. Zum Teil war dann, denke ich, auch für Adrian kein leichtes Spiel, da auf der Position reinzukommen. Ich denke, in der zweiten Halbzeit standen wir einfach stabiler, haben dann auch nochmal ein bisschen umgestellt mit Brian, der dann auch reingekommen ist. Und ich denke, beide haben dann ihre Sache gut gemacht und wir dann auch die Sachen dann voll gut wegverteidigt. Meppen musste, Meppen wollte in der zweiten Halbzeit unbedingt ausgleichen. Dann haben wir zum Glück auch, ja, haben sie erst mal geschafft. Ja, wir konnten gleich das 2-1 nachlegen, hatten danach aber auch noch ordentliche Umschaltmomente. Ja, da müssen wir, glaube ich, noch konsequenter werden. Ja, also ich denke, beim 1-1, da machen wir es dem Gegner natürlich leicht. Es ist vielleicht auch die Frage, ob ich Andi Müller in der Situation dann anspiele. Er hat dann auch die falsche Entscheidung in dem Moment getroffen, anstatt den Ball klatschen zu lassen, ist er dann ins Dribbling gegangen. Aber das war natürlich für uns dann absolut ein goldrichtiger Zeitpunkt, dann direkt den nächsten Nackenschlag für Meppen hier zu setzen mit dem 2-1 dann. Und ja, wie du es gesagt hast, in der letzten Phase dann hatten wir die ein oder andere Kontergelegenheit, wo wir den Deckel dann drauf machen müssen. Und ja, aber trotzdem, ich glaube, wir hatten heute trotzdem das Glück auf unserer Seite und sind sehr froh, hier als Sieger vom Platz gegangen zu sein und die drei Punkte mit nach Magdeburg zu nehmen. Mittlerweile sind es sechs Punkte, die uns trennen von der Abstiegsregion. Ja, aber ich glaube, die dritte Liga hat in den Vergangenen schon oft gezeigt, dass sie wirklich völlig verrückt sein kann. Deshalb gibt es, denke ich, keinen Grund zum Nachlassen. Nee, wir sind einfach auch gierig nach Siegen, nach Erfolgserlebnissen. Und klar ist es für uns jetzt ein gutes Gefühl, dass da ein bisschen Luft ist. Aber wir wollen da keine Sekunde nachlassen und keinen Zentimeter dem Gegner dann am Sonntag schenken und wollen auch da wieder erfolgreich sein. Wie schwer sind die Beine jetzt? Wir sind mittendrin in der englischen Woche. Ja, am Sonntag, da empfangen wir schon wieder den VfB Lübeck. Wie schwer sind die Beine und was stimmt dich froh, dass wir auch am Sonntag gewinnen können? Ja, also ich denke, wir haben jetzt auch wieder vier Tage. Das war jetzt ganz gut, wie die Spiele gelegen sind. Also, sage ich mal, in acht Tagen drei Spiele, da sind immer vier Tage dazwischen. Das funktioniert, dass der Körper da auch wieder schnell regeneriert. Und ja, es war heute auch wieder ein intensives Spiel. Ich denke, es war auch sehr, sehr ruppig geführt, die Zweikämpfe von Meppen, die uns da mit so ein bisschen den Schneid abgekauft haben. Das darf uns in den nächsten Spielen und am Sonntag vor allem nicht passieren. Sören, ein ganz, ganz wichtiger Sieg heute in der englischen Woche hier beim SV Meppen. Ganz besonderes Tor auch für dich nach der Vorlage dann der Kopfball. Beschreib doch nochmal die Szene, weil es war ja wirklich keine einfache Partie gerade zu Beginn. Nein, ich glaube, in der ersten Halbzeit sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Wir haben versucht, die spielerische Lösung ein bisschen zu finden. Meppen hat es auch nicht so verkehrt gemacht. Die haben uns versucht, komplett 1 zu 1 auf dem Platz anzulaufen. Ja, war so ein typisches Arbeitsspiel hier in Meppen. Wir haben das, glaube ich, sehr, sehr gut angenommen. Gerade am Ende dann auch sehr, sehr gut runterverteidigt. Ja, für mich persönlich auch natürlich ein schönes Tor, seltenes Kopfballtor. Aber ja, es freut mich natürlich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Sensationeller Ball von Barisch. Wir hatten in einem Training die Woche auch mal so eine ähnliche Situation. Ja, es ist natürlich superschön, dass es so funktioniert hat. Ja, die Serie geht auch weiter. Und gerade jetzt gehen die direkten Konkurrenten in dieser englischen Woche. Zwei Drittel sind jetzt rum. Jetzt geht es am Sonntag direkt weiter gegen Lübeck. Worauf wird es da ankommen? In der Tabelle sieht es jetzt auch wieder ein bisschen besser aus für uns. Nochmal besser. Ja, aber wir sollten uns nicht täuschen lassen von der Tabelle. Wir haben noch einen Weg zu gehen. Lübeck wird auch wieder ein ganz, ganz schweres Spiel für uns. Die haben jetzt, glaube ich, auch eine etwas längere Serie, wo sie ungeschlagen sind. Haben heute auch gegen Ingolstadt wieder unentschieden gespielt. Also es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Das heißt jetzt, glaube ich, gut regenerieren. Eine schöne Heimfahrt jetzt haben. Und dann Sonntag nochmal Vollgas gehen. Alles klar, Säuber. Danke dir erstmal für den Holzer. Ciao. Vielen Dank.